Ich muss das schaffen hier hochzufahren, komm schon, nein, fuck, wow, lass mich doch in Ruhe, Alter. Willkommen meine lieben, Jörg ist willkommen zu einer Runde GTA 4 mit Dena, juhu. Und zwar machen wir es nicht einfach so, sondern mit einem Ziel, das Ziel rennt uns gerade davon. So geht's nicht, Jörg, so geht's nicht, so geht's nur wirklich nicht. Halt, stopp, scheiße, halt, stopp, halt, stopp. Halt, stopp, halt, stopp, du bleibst hier, denn wir wollen, rennt der mir einfach in den Weg. Ah ja, da ist aber noch ein zweiter von der Sorte, na, what, das ging drunter durch? Junge, 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 erst mal hier zur Seite rollen, scheiße, okay, wir müssen erst mal abhauen, wir müssen erst mal abhauen, Taxi, nein, uh, wow, 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 falsches Gewehr, ah, vielleicht der hier, das hier, das hier, das hier, komm schon, Junge. Äh, und einmal zur Seite wegrollen und Vad, bla, da geht's, so. Ich würde mal sagen, Polizei ist gar nicht schlecht, lass mal, lass mal ein, lass mal einsteigen. Digga, ah, Tür auf, oh, 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 so, drei Sterne haben wir schon. Ziel sind, äh, wow, ah, das ist proprio knapp, scheiße, mein Auto ist kaputt. Nein Weg Oh shit ey Heute haben wir aber ordentlich Pech Ziel ist auf jeden Fall 6 Sterne Ich habe vorhin schon mal probiert Na ich war zu schlecht Eigentlich wollte ich das Video schon gestern Also ja für euch gestern Also am Sonntag direkt rausholen Hade ich ja deswegen schon vorhin angekündigt Aber jetzt ist es Sonntagabend und zu spät Um es heute noch hochzuladen Aber aufnehmt das mal heute noch Und zwar heute erfolgreich sage ich euch Das Auto habe ich noch nie gespielt Ich habe die Story mal durchgespielt von Bayern Als GTA noch neu war GTA 4 ja Jetzt kommen wir GTA 5 schon weit raus Soll ich das eigentlich erst spielen Schreibst mir mal unten in die Kommentare Dann müsste ich mir extra noch eine Xbox kaufen Wo ich nur dieses eine Spiel mitspielen werde Weil danach eh die Xbox One rauskommt Das ist sowieso so ein Dreckscheiß Aber gut Ich möchte hier nicht zu sehr ablenken Denn heute geht es nur um eine Sache Und zwar um die Polizei Junge Alter So geht es definitiv nicht Junge wenn er mich jetzt umfährt Ne So dreist sind sie Gott sei Dank noch nicht So Guten Tag Und tschüss Junge man darf die nicht so blöd umbringen Weil es gibt immer gar keine Sterne Ich möchte hier erstmal die drei Sterne erreichen Treffe ich den so? Ja wo? What? Junge Pass mal auf Nein 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 So Das war's What? Oh das war ein Headshot Das war Uh das war nicht gut Das muss ich erstmal Muss ich erstmal Erstmal Cheats anwenden So Weiter geht's So Wir brauchen aber noch ein bestes Auto Vier Sterne haben wir schon mal Ne? Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht Aber geht noch besser Ich denke mal Wir brauchen auch vor allem ein bestes Oh 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 Nein die halten an Ich dachte schon Oh da kommt ein schönes Auto Schönes Auto Schönes Auto Scheiße Wir brauchen eine bessere Waffe jetzt Schönes Auto What? Fahre ich doch nicht einfach um Ja steig auf Steig auf Steig auf Das ist gut Danke Ich wollte das Auto haben Nicht das Nicht das Nicht das Das Auto Alter steig doch rein Steig doch rein Oh das war voll blöd Mein Reif ist kaputt glaube ich Ne oder? Was mache ich denn hier? Falle vorbei Falle vorbei Jawohl Oh Gott ja What? Ich kann damit echt nicht fahren Wir brauchen ein anderes Auto I need a new car Oh nein Fahr vorbei Scheiße Hallo Scheiße Jetzt kann ich nicht mehr einsteigen in mein Auto Ah da kommt noch einer Nein Au shit Wieso habe ich jetzt Minus bei Roman bekommen? Ich brenne Nein Nein Scheiße Wow Scheiße Hol doch dein Handy raus Hol doch dein Handy raus Ich brauche Energie Ich brauche Energie Ich brauche Energie vom Handy Nein Spackos Stop Stop Alter Alter ja Jetzt gibts erstmal Bats Und boom Ah ich dachte ich schaffe das nicht What? Zwei Sterne Für Fenster einschlagen Junge Unfair Das ist doch nicht wahr Granate Ja komm näher gelaufen Komm näher gelaufen Na Oh da laufen die Pussys weg Angsthase Angsthase Pfeffer Na so und dann Bei sechs Sterne mit dem Motorrad zu überleben Das ist das Ziel Und zwar mindestens fünf Minuten Keine Ahnung ob ich das schaffe Aber das wird das Ziel sein Auf jeden Fall So auf vier Sterne haben wir Das ging voll schnell Scheiße Alter Ich bin fast tot Blöde Situation Ich brauche ein Auto Ey das ist immer blöd Wenn man kein Auto hat Habe ich das Gefühl Ne Das war ziemlich aufgeschmissen Dabei heißt das Spiel auch Der große Autodiebspalt Grand Theft Auto Da ist schon ein Motorrad Brauchen wir das jetzt schon mal wagen Mit Motorrad Ei 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 Ne das Auto will ich haben Motorrad muss ich mir fürs Ende aufbewahren Jetzt steig doch aus Steig doch aus Steig doch aus Oh der ist schon tot Okay Einsteigen 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 Und Go Jawohl Das war beeinfacht Was sind die Reifen kaputt Warte mal Das lässt sich aber beheben So Bam Reifen wieder heil Jawollo So Wo geht's da denn hin Schauen wir mal Schauen wir mal Hier kommt Dehner Scheiße Das ist ein Fußgänger weg Und ich fahre mit dem Hammer runter Naja Was soll's Was soll's Manchmal Oh 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 Was für ein Monstersprung Okay Das war kacke Das war extrem kacke Lieber wieder zurück Ich hoffe der ist auch nicht gelingen Alter Cooler Move Oh scheiße Jetzt sind die aber böse Jetzt sind die böse Ich Nein Handy Handy Rolltüren Handy weg Okay 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 Jawohl So Die Police ist da Und Bam So Das sollte erstmal Bei Tee die Problemen gelöst haben Oh Da unten stehen welche So Das sollte auch gelöst sein Fahren wir erstmal weiter Und immer Immer zur richtigen Waffe wechseln Bevor man aussteigt Äh ne Wenn man die Zeit hat Immer wechseln Zu einer passenden Waffe So Jetzt fahren wir erstmal weiter hier Wieder zurück Eieiei Da schießen die hier So Fünf Sternen haben wir schon Nicht schlecht Vielleicht schaffen wir sogar Von dieser Brücke aus die sechs Das wäre natürlich Das wäre natürlich famos Wäre das ne Können wir eigentlich Aufs Dach rauf gehen Nein aufs Dach mein Lieber Jawohl Aufs Dach Jawohl Oh das ist gar keine so gute Idee glaube ich Weil die Die können mich ja alle Oh 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 Die können mich ja alle treffen Ne Aber Wo seid ihr Da sind noch welche Wo sind noch welche Ich glaube der kommt schon wieder Ein Heli angeflogen Oh So Und Treffe ich den Nein habe ich nicht getroffen Fail Eieieiei Da unten sind welche Oh und über mir Kommt schon der Heli 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 Jawohl getroffen Ab ins Auto Ab ins Auto Ins Auto Ich muss nämlich immer Mit Cheats ins Auto Oh Ich hab sechs Sterne Ah Das ging aber schön schnell So Cheats erstmal Gesundheit Und das Auto Und ich würde mal sagen Ab jetzt keine Cheats mehr Sondern Eie Jetzt spring da rüber Okay 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 Das mit den keinen Cheats Das war ab jetzt irgendwie Ah Mit Cheats oder ohne Cheats Ohne Cheats Das ist unmöglich Aber gut Waynesens Den hast du jetzt so lange Überlegen wie möglich Ich gucke auf die Uhr Und sag mir wie lange das ist Und dann schalten wir unten Dann die Länge in die Kommentare Oder schätzt mal wie lange das Oh das sind so coole Autos Und ich kann die jetzt nicht benutzen Oh man Ich dachte das war mein eigenes Zuhause So Dann schauen wir mal Mit sechs Sternen Was wir hier reißen Ich würde sagen Erstmal die Wegfahrtaktik Und ich brauche gutes Radio Hier nochmal Na was ist denn hier San Juan Rekord Sind die so Elektros Vielleicht ganz cool Schauen wir mal Oh yeah Die müssen mal für mich Mal ein bisschen lauter drin Ich kann da gar nichts verstehen Oh yeah Aha Hm Ne geht Oh Oh das sind ja böse Erkennt man gar nicht Die haben ja zahnfarbe schwarz Dann in der Dunkelheit Erkennt man die gar nicht Wenn die jetzt Polizisten noch schwarz Dann haben wir gar keine Chance Nacht Schlecht der Witze So Ähm Ja wir chillen aber Wir chillen erstmal Wir chillen hier erstmal Ganz ruhig Kein Ding für den King La 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 Sechs Sterne Oh Sechs Sterne Fühlt sich an wie Wie ein Stern Hier ist nämlich niemand Oder nee Ziel ist Aus den sechs Sternen Entkommen Wenn wir das schaffen Ich glaube das ist unmöglich Aber mal schauen Durch Durch die Polizeischmere Jawohl Ha Ich hab schon voll wenig Leben Okay wir sagen mal Für Leben kann man so ein Cheat mal machen Für Leben kann man so ein Cheat mal machen Äh Menü Cheats Wow Irgendwie geht mein Handy immer weg Wenn der Wenn ich Wenn die mich anschießen So Jetzt weg mit dem Handy Oh da kommen die von hinten schon an Aber ich hab ja so ein Offroad Bike Das muss ich eigentlich mal Nur Das muss ich mal nutzen Um auch Offroad zu fahren Ich hab ja voll den Nachteil Wenn ich nicht Offroad fahre Au Kann ich da durch Ich hoffe Ich hoffe Ich hoffe Ich hoffe Nein Ei 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 Das war doof Das war doof Lauf doch Lauf doch Lauf doch Lauf doch Lauf doch Oh scheiße Oh scheiße Oh scheiße Oh scheiße Ich muss mich irgendwo verschanzen Ich muss mich irgendwo verschanzen Sonst hab ich absolut keine Chance Weil dann muss ich gleich das Handy Ich muss so schnell wie möglich Mein Handy jetzt auswählen Ich muss Ich muss jetzt mein Handy auswählen Menü Okay Scheiße Handy Menü Cheats Gesundheit Und Ah ja 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 Und jetzt weg damit Okay Wo ist mein Motorrad hier Fahr 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 Gecheatet Aber Solange ich überlebe Ist alles gut Jawohl Am Strand weiterfahren Überlebt Junge Die Spockos Haben es nicht geschafft Mich zu killen Und die Zeit Ich bin ja so am Arsch Kann ich da am Wasser Längst ran fahren Nein Das war einfach nur blöd Hier runter zu fahren Ich brauch mal ein Cheat Cheat Gesundheit So Okay Damit mein Reifen allein wieder heil sind Glaube ich Nee Man ist einfach nur hier am Rand So langsam Man muss jetzt hochfahren Ich muss jetzt hochfahren Ich muss das schaffen Hier hochzufahren Komm schon Nein Fuck Wow Lass mich doch in Ruhe Alter Ich bin tot Ich bin einfach gestorben Wäre ich nicht an diesem Strand Drunter gefallen Wäre es noch so viel besser gewesen Aber gut Das war das erste Mal Jetzt hier Schreibt mir aber mal Weitere Vorschläge Was ich noch so an An Challenges Machen kann hier in GTA Ab in die Kommentare Vielleicht auch Multiplayer Mit jemand anderem Wenn ihr Bock drauf habt Schreibt es hier unten In die Kommentare Ja und dann war es das für heute Mann ich hätte mal länger überleben sollen Aber ich glaube ich habe Drei Minuten und so Habe ich geschafft Ne Mit Cheats So Warum nur drei Minuten Junge So geht es absolut Nichts Bestanden Au 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 Ja da fährt er weg Weil er Angst hat Ich hoffe ihr habt keine Angst So Vielen Dank fürs Zuschauen Haut rein Bis zum nächsten Mal Machs gut Ciao